als er darauf ich habe gesagt es ist ja du kannst es mal drauf geben hat du kannst drauf gehen also ganz ehrlich ich finde es eine lustige idee dass man das irgendwie so pumpen muss aber es ist nervig da wenn es hat kann glaube ich doch besser gewesen hier finden wir munition vielleicht kann man die munition dann auch mit einer anderen waffe verwerten von boden alter auf was oder wen ballern die denn ich habe hier was hübsches gesehen leiter kann man nicht hoch ich gehe einfach mal davon aus dass wir hier durch müssen und alles klar okay so viel dazu probieren wir es noch mal so aha boah scheiß wind ach fick doch die oma wind klasse kollege klasse okay irgendwie bringt die waffe ich glaube ich sollte reingehen irgendwie bringt sie war für doch nicht so sehr ich glaube ich verkaufe die kugeln und hol mir wieder eine schotter gott verdammt ich bin übrigens glaube ich gerade eben das erste mal gestorben glaube ich so halt fresse halten immer schön die fresse halten so wunderbar hier mein freund ruhe ach weißt du was ich werfe die waffe jetzt schon weg und hol mir dann irgendwie wenn der andere waffe die mit so komischen kügelchen schießt und ich hole mir einfach noch was anderes also ein anderes shopgang so da hoch ich sollte reingehen alter ich bin nach drüber gesprungen hey bin ich nicht drüber gesprungen äh ok hey ich bin auch drüber gesprungen das ist doch schauen wir da die höhe so nehmen wir die moon mit gehen hier lang moment erst mal kurz da ist ein pfeil der nach unten zeigt oh klasse und dafür bin ich jetzt hier runter gekommen ein feindlicher speer fresse halten da oben so gib mir deine ak-munition oh gott haha nicht mit mir ja ja ey ach fick dich doch das ist doch scheiße als ob die jetzt da 5 Milliarden Schüsse von der scheiß shotgun aushalten oh irgendwie sagt mir eine stimme dass ich erstmal den typen abknallt dass ich hier nicht sein soll so vielen dank für die blumen oh moon oh oh nee ich bin mir mein freund nicht mit mir so lad die shotgun nach unnötig lange ladesequenz deine mutter kommt da ach mal schauen oh ninja style boah die gehen mir ja ganz schön auf die fresse ich glaube wenn ich mehr diese waffe benutzen würde würde einiges viel leichter gehen in diesem spiel alt boah ich bin so blind ich renne aber heute auch ein bisschen unvorsichtig los so ja bla 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 kennen wir alles ja ja springen darunter tischkracht zusammen so schenk dir was so schenk dir was so ja 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 fresse halten schenk dir was 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 ach wir haben verletzte das gibt's doch nicht Horde, 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 Horde Ah ja, da liegt also die Moon Müsst ihr ins Bett oder warum bist du Gute Nachts? Ah, ah, ah So, du bist jetzt leise Vielen Dank Äh, übertreib's nicht, Bobby So, Munition Boah, schnaufe ich so laut Filter Oh, das ist nicht hier drin Da ist ein Reißradio Ruhe So Dankeschön Boah, arme Sau So, hier gibt's auch nichts Ups, da Ja, auch meine Nase ist am Jucken Boah Äh, okay Ähm Äh, raus müssen wir, glaube ich, nicht Oder etwa doch Doch, ich glaube, wir müssen sogar raus Kann das sein? Ja, das war wahrscheinlich meine Hauptstraße hier So, da oben, sie ballen, sie auch schon Gucken wir, dass wir uns ein bisschen im Untergrund bewegen Damit wir nicht Irgendwie hier ans Kreuzfeuer reinrennen Der war ziemlich groß Passt auf, was hinter euch ist, Leute Alter, jetzt Komm, übertreib's Fick Da ist kein feindlicher Schwerer Das denkt ihr nur Alle zu viel gesoffen Oh Gott Mann, ich häng hier fest Ich kann mich nicht bewegen Ohne Witz Moment Ich kann mich nicht bewegen Warum kann ich mich nicht bewegen? Ah, jetzt Oh Gott Okay, jetzt Oh Boah, was hat das denn gerade? Halt deinen Maul Sowas macht mich aggressiv Okay, wenn man sich nicht bewegen kann Wäre ich deswegen jetzt gestorben Hätte ich wahrscheinlich die Aufnahme abgebrochen Weil ich sauer gewesen wäre Nein, natürlich nicht, aber Schon ziemlich nervig, sowas Also Oh, 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 oh Ruhig, mein Freund Ruhig dahin Also Der Wind nervt ja auch ein bisschen Ich bin übrigens der Meinung Dass es irgendwann mal Dass es irgendwann mal irgendjemand auf die Reihe bringen sollte Dass man Ein Spiel Wie jetzt beispielsweise Das hier Aufnehmen kann Ohne jegliche Also Ohne So große Performance Ansprüche dann Im Endeffekt zu haben Weil Fraps Ähm Äh Braucht schon Enorm viel Leistung Das würde ohne den PC Jetzt So an sich Gar nicht gehen Deswegen Würde mich Also Alter, wo sind wir? Deswegen fände ich das mal ziemlich geil Wenn sich da mal jemand dransetzen würde Der von Ahnung hat Einfach mal so ein Programm Macht Der irgendwie Ich meine Leistung Würde es tendenziell ziehen Das ist mir schon klar Allerdings Bin ich der Meinung Dass man sicherlich Was programmieren könnte Oder ein Programm Erstellen könnte Das nicht so viel Leistung zieht Weil das ist ja teilweise Echt enorm Also Braucht man schon Ziemlich guten Computer Es war klar Dass die schwarze Station Von Faschisten besetzt war Aber Ullmann hatte gesagt Er würde dort auf mich warten Ich muss das riskieren Der Ullmann Ja, der Ullmann Oh, epic throwing knife Kleinen Moment Mein Telefon klingelt So Das Telefon hat hier klingelt Ich bin kurz drangegangen Und jetzt geht's weiter Hallo Wer bist du denn Was hat so lange gedauert Wo ist Pavel Hat er Natürlich Später Die Situation hat sich verschlimmert Die Faschisten haben die Station Buchstäblich überschwemmt Jetzt ruft die Stamm wieder an Moment Leck Mich am Arsch Äh Ja, okay So Ich muss jetzt kurz vorhin Wir sind zwar sehr Ich beende jetzt heute mal die Aufnahmesession Ich hoffe mal Dass ich mal wieder ein bisschen aufgenommen habe Und jetzt mal wieder Parts raushauen kann Meine Hände Mein Handy hat sich verabschiedet Deswegen kann ich jetzt nicht sehen Wen ich aufgenommen habe Aber ich denke mal Ich habe jetzt mal wieder Stoffe Drei, vier Tage Und ich würde sagen Ähm Schaltet auch das nächste Mal wieder ein Wenn es heißt Let's play Metro 2033 Mit mir den Dennis Haut rein Tschüss